Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Incredible Adventures of Van Helsing. Das ist so ein langer Name, den muss man nicht so sagen. Zusammen mit Dalukat. Hallo. Und mir Anonymous. Und wir haben jetzt, welche Queste müssen wir jetzt? Schneepelz müssen wir töten. Schneepelz töten. Aber hast du oben links schon gesehen, dass du auch bei Lady Katarina Skillpunkte verteilen kannst. Ach Mensch. Wenn du auf ihr Bild klickst, habe ich auch noch nicht gesehen. Da kann man sogar Waffen geben. Und sagen, wie sie sich verhalten soll. Ich möchte, dass sie aussieht wie ein Geist. Ich möchte, dass sie Feinde aus der Entfernung angreift. So. So, jetzt muss ich der noch kurz hier. Glück. Ich will, dass sie Glück hat. So. Sammeln von Gegenständen. Ach, du kannst ihr auch Gegenstände geben. Hm. Wenn ich ihr jetzt sage, sie soll Geld sammeln, kriege ich das dann? Gute Frage. Wahrscheinlich schon. Ne, ich bin mir da nicht sicher. Das darf sie nicht machen. Wo kann man das denn einstellen? Auch in dem Fenster unten. Bei Verhalten. Verhalten. Ich werde es jetzt mal... Verhalten. Oh, die hat sogar Skills. Du kannst sogar Skill-Punkte geben. Hm. Sammeln von Gegenständen. Gold, Heiltränke und Mana-Tränke soll sie einsammeln. Normale Gegenstände. Ach, das ist ja voll praktisch. Dann kann sie für dich die ganzen Items einsammeln. Ich werde sie mal auf Nahkampf einstellen. Ähm. Fertigkeiten? Ja, du sagst, dass sie dann das einsammelt. Aber auf... Ja, sie hat es dann vielleicht in ihrem Inventar, aber dann kann ich es ja trotzdem rausholen. Ne? Ja, aber das Geld... Das Geld sammelt sie für mich ein, da bin ich mir ganz sicher. Die Katharina und ich, weißt du, wir sind so... Nee, nee. Du traust hier nicht so ganz, ich merke mich schon. So, wo ist hier Schneepelz? Sieht man ihn irgendwo auf der Karte? Ähm. Nein. Da vorne sind auf jeden Fall schon wieder Wölfe, also... Ach, die Gegner kommen ja jetzt auch immer wieder, ne? Hier waren wir aber noch nicht. Wir müssen aber trotzdem weiter nach unten links. Hier ist ja noch zu. Ja. Hier ist ein Geist. Wandernder Geist. Wo bin ich? Marina wird mich töten, wenn ich zu spät bin. Oh, er ist sicherlich obliivisch zu seiner Situation. Bist du stolz? Nassistisch! Du kannst andere Geistern kontrollieren. Hups. Ja, willst du mir zeigen? Du kannst nur antworten. Ich konnte nur eine Sache antworten. Oh, ein Ring. Ein gelber. Ach, ich wollte nur mal den Geist in Ruhe lassen. Okay. Dann nicht. Oh Gott, jetzt haben wir hier ne Gruppe. Ach du Scheiße. Heilige. So, wo ist meine Katharina? Sammelt sie das Geld für mich? Wurden die gerade eingefroren? Oh, eine Uhrzeit ist Hens. Du frierst sie ein oder friere ich sie ein? Also ich bin das nicht, aber ich habe Katharina geskillt, ja. Die stehen da ja nur so rum. Sind die betäubt oder? Nee, die sind einfach nur nicht schlau. Kommt alle her, ihr Wölfe. Ich will ja so eine richtige Gruppe haben, wo so ein Boss bei ist. Oh, ich bin gerade wieder langsam. Das ist ganz nice hier mit den Katharinas da. Sind sie auch nützlich. Oh, das ist eine Truhe. Okay, töten wir erstmal die Mobs. Ach, wir sind sogar komplett richtig. Da oben steht Schneepelz. Echt? Ja. Ich sehe das gar nicht. Nein! Oh Mann, ich wollte die Truhe. Ist doch egal, wer es auf den Schneepelz kommt. Einer hat Schneepelz in den Rücken geschossen. Er hängt am Bauch. Ach du Kacke. Ach, der hält nicht so gut aus. Aber er teilt auch gut aus, ne? Ja, er ist nicht schlecht im Damage. Au. 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 Was machst du? Nur Gutes mache ich. Nee. Doch, nur Gutes. Wir haben ihn. Drei gelbe Sachen. Geil. Was war dabei? Ich will auch gucken. Ein seltener Hut und ein Gürtel. Es waren drei gelbe Sachen im Inventar, habe ich aber nur zwei. Einer hast du gemobst. Ja, sicher. Im Zweifelsfall war es natürlich ich. Hier, guck mal. Kannst du das gebrauchen? Ja, siehst du? Das ist für deine Klasse. Steht sogar dran. Habe ich nicht gesehen. Aber kann man sich ja denken, wenn da Zaubermanschetten dran steht. Ich kann es halt nicht nehmen. Was habe ich für einen seltenen Hut? Bist du schon Stufe 7, nee, oder? Fünf. Scheiße, ich habe nämlich einen Umhang für Stufe 7 gefunden. Aber hier, guck mal. Ich habe noch zwei Ringe. Vielleicht kannst du davon irgendwas... Einen Ring brauche ich. Hast du so viele Ringe? Ja, ich habe schon zwei geile Ringe. Ach, den Blutsteinring denselben habe ich auch gefunden. Deswegen habe ich den im Inventar nicht gefunden, weil den direkt angezogen hat. Ah. Das ist natürlich schmarrt, ne? Und so. Sollen wir die anderen Mobs da unten auch noch töten? Na? Warte, warte, warte. Ich bin hier noch am Verhandeln. Hast du einen guten Gürtel? Habe ich einen guten Gürtel, ja. Der ist schwer. Und hast du schon überhaupt eine Kette? Ja, Kette habe ich auch schon. Jetzt muss man sich entscheiden, weißt du, jetzt kommt der Moment, wo so minus fünf Mana, aber plus neun Zauberkraft und plus eins SPT, was auch immer SPT heißen mag. SPT könnte Schaden pro Treffer sein? Wahrscheinlich, ja. Du bist so klug, ey. Da staunst du was. Weißt du, was ich machen kann? Ich hätte gerne Leben, Steam-Stahl oder sowas. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Also, ich bin nicht verlangsamt, wenn ich die anderen verlangsamen. Was hier? What? Horde! Lock sie an! Oh Gott, Sinnsoldaten gegen Wölfe! Oh, ich wünschte, ich könnte die Zeit verlangsamen. Hast du noch Cooldown, was? Leider ja. Oh nein, die Wölfe haben gewonnen, obwohl wir uns eingemischt haben. Wieso? Die Soldaten hätten uns doch auch angegriffen. Die haben uns doch vorhin auch schon angegriffen. Was müssen wir überhaupt machen? Den Bürgermeister finden. Oder den Wolfsbau. Ja, wir können auch erstmal... Ich würde ja sagen, hier sind viele Wölfe. Vielleicht ist hier irgendwo der Wolfsbau, aber... Ja, das ist ja auf der Wald hier oben. Stirb jetzt! Assi! Manatram! Was lilanes! Das ist die Essenz, oder? Ja. Schieß mal mehr zusammen hier. Okay, dann kann ich die Zeit verlangsamen. Das passt sehr gut. Das ist wahrscheinlich sehr nice, wenn du nachher so irgendwie so einen krassen Zauber hast, weißt du, den du da so richtig schön reinkanalisieren kannst. Ja, aber mir bringt das ja nichts. Ja, es ist ja auch ein Teamspiel, ne? Ja, ich kann ja nicht kanalisieren, wenn ich die Zeit angehalten bekomme. Ja, aber nicht ja. Das bringt ja... Oh Gott! Ach du Heil! Was ist denn los? Einmal stehen bleiben, ich hab noch meine Heilung. Ja, noch bin ich nicht verletzt. Heilung! Ja, danke fürs Heilen und so. Ich brauch die! Ich werd hier verfolgt von Büffeln! Büffel-Wolf-Hunden! Geht weg! Ah! Ich lauf hier nur weg. Man kann gar nicht so genau... Man kann die Gegner gar nicht so gut erkennen. Alles, was einen roten Balken hat. Alles, was einen roten Balken hat. Oh, nochmal einen Stufenaufstieg. Oh, dann kann ich jetzt mein Item anziehen hier. Mein Fashion-Mantel. War es immer noch nicht? Verdammt. Oh, jetzt haben wir aber auch ein paar Skill-Punkte. Und bei diesem Bonus. Achso. Gespenst ist neu dazugekommen. Fortan wird er Gespenst genannt. So, mehr Damage für unseren Geist. Habe ich... Kann ich da irgendwie... Nein, kann ich nicht. Nein, nein, nein. Sehr schade. Was ist das hier noch? Achso. Hast du jetzt einen anderen Bonus bekommen? Hm? Wie konntest du jetzt einen Bonus noch erlernen? Einen Bonus? Ja, bei mir war bei Boni auch am leuchten. Erfinderisch. Doppelklick? Rechtsklick? Ich weiß nicht. Ne, irgendwie... Nö. Na, ist wieder weg. Ach, wahrscheinlich... Ich glaube, man kann immer nur einen Bonus reinmachen und kann aber dann wählen von denen und man kriegt neue Boni, werden freigeschaltet oder so. So, wir haben einen neuen Boni bekommen. Ja, das könnte... Erfinderisch haben wir freigeschaltet. Ich habe Gespenst bekommen, glaube ich. So. Lesowik-Veteran. Die machen nie was. Die machen echt nie. Die stehen einfach nur so rum, ne? Ne. Oh, guck mal, ich habe ihn eingefroren. Da haben wir was gefunden. Oh, das schreit doch nach. Na, du weißt schon. Heilung. Ich komme hier nicht raus. Ich bin surrounded. Jetzt wäre eine Zeit anhalten mal nicht schlecht, ne? Ja, wäre ich auch nicht rausgekommen. Hätte ich nur länger gelebt. Der Silberrücken. Hat was Episches, also was Gelbes getroppt. Ich sammle jetzt auch nur noch hier die blauen Gegenstände ein. Eine gelbe Schusswaffe. Das ist perfekt. Echt? Ja. Ich habe hier noch Hone-Gürtel. Ich will jetzt Stufe 7 sein, damit ich mein geiles Item verwenden kann. Gut, dass die nicht vorhin auch noch angegriffen haben. Die kleinen hier, die machen ja nichts. Die sind eigentlich ganz knuffig, ne? So. Haben wir jetzt? Sollen wir da reingehen jetzt, oder? In die Werwolf-Höhle, ja. YOLO, oder was? Ja, okay. Werwolf-Höhle. Ach, guck mal, das haben wir doch vorhin schon auf der Karte gesehen. Oh, oh. Liegst du wieder vor? Nee, ich habe bei mir jetzt schon geladen. Echt? Ja. Ich stehe hier gerade so ein bisschen ängstlich und schaue auf die Hohren von Werwölfen, die da stehen. Ja? Jetzt bin ich auch gleich da. Stunden später? Wer die... Hey, hier ist doch gar keiner. Nö, mhm. Muss das irgendwie noch ein bisschen rappen hier mit meinen... Ich verlangsame lieber mal die Zeit. Nur so zur Sicherheit. Nein, sie töten meine Geister. Hört auf damit. Hört auf. Aber ich sehe richtig, dass du nur einen Zauber unten auf der rechten Maus legen kannst, ja? Also du kannst nicht noch andere Tasten belegen. Ich weiß nicht, vielleicht werden da noch weitere Felder freigeschaltet, aber es sieht so abgeschlossen aus, das Feld. Ich weiß auch nicht. Du stirbst! Ich bin auch noch voll. Hä? Du bist überhaupt nicht... Doch. Nein. Mein HP-Walken ist voll. Du hast... Bei mir hast du noch 44 Leben. Jetzt bist du wieder voll. Okay. Und jetzt? Links? Rechts? Was ist das hier für ein Schweineberg? Schweineberg! Oh, da ist eine Schatztruhe. Meine, 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 meine! Das ist angelockt. Was ist der Welfel so viele Schätze horten wollen hier? Ist mir ja Schleierhaft. So. Fülle ist aber nicht so lang. Der müsste wenn... Oh, hier ist der Meister. Grumasch. Grumasch. What the... Beschwert der neue Wölfe, oder was ist da? Ja. Oh, oh. Ach, du Kacke. Okay. Okay. Ach, du. Nein, nein, nein. Heil dich. Haben wir. Oh, ich dachte schon. Oder haben wir nicht. Ach, du. Was kommt jetzt? Das ergibt doch gar keinen Sinn. What? Nein, wir haben das Ritual ausgelöst. Verdammt. Jahrelang hat er drauf gewartet. Ach, du. Nein. Ich will nicht sterben. Was ist denn hier los? Wo bist denn du? Bei dem ganzen... Werwölf. Ich mach jetzt auch grad so ein paar Milliarden Schaden hier. Ja, hast du auch diese Zahlen da immer stehen? Ich weiß nicht, was das soll. Ob das irgendwie... Ich glaube, das ist ein Fehler. Nein. Wir müssen das kaputt machen. Mach's kaputt. Beschwerungssiegel. Mach's kaputt. Jetzt ist es kaputt, oder? Ja, ja. Aber es kamen doch mal welche raus. Boah, der Damage, ne? Und jetzt? Okay, jetzt müssen wir noch zu den anderen irgendwie kommen. Ach, okay. Jetzt müssen wir dann auch hin marschieren, oder was? Guck mal, wir können hier über... Guck mal, hier. Putt, 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 putt. Das sieht ja geil aus. Ich glaube, wir sind auf der richtigen Fährte. Ich versuche schon mal, das Winkel kaputt zu machen. Ich wette, wenn das kaputt geht, kommen trotzdem nochmal welche. Geht weg. Hallo, ich hab hier... Ich werde mich mal in Ruhe lassen hier. Wieder eins kaputt. Sehr schön. Und jetzt müssen wir... Wieder zurück. Back. Wie viel sind da? Vier oder so, ne? Eins, zwei, drei. Fünf Stück, glaube ich. Noch drei. Hier geht's nicht lang. Oh, weiß nicht. Lauf dir einfach so dumm hinterher. Das kommt davon. Immer bei diesen coolen Brücken. Aber ich muss sagen, irgendwie... Ich weiß nicht, wie gefallen dir denn die Maps? Mir gefallen die halt ziemlich gut, muss ich sagen. Ja, ich finde, man hat halt auch noch den Vorteil durch das Setting mit Van Helsing, mit diesen Werwölfen und so. Das mag ich allgemein lieber. Zum Beispiel, ich spiele auch kein Secret World. Oder ich hab's gern gespielt wegen diesem... Weil's einfach mal was anderes ist. Weil's einfach mal was anderes ist, damit... Wer... Also mit diesen Kreaturen an sich farben gewesen. Die Maps von der Map-Gestaltung her... Ja, jetzt bis auf den typischen Wald fand ich's jetzt auch immer sehr interessant. Ich finde einfach auch so insgesamt... Den Wald fand ich auch ganz nett so, weißt du? Also einfach so grafisch ganz hübsch gemacht einfach, weißt du? Aber wenn die Werwölfe so eine Höhle haben, dann müssen die ja unglaublich schlau sein. Ja, die haben, weißt du, mit Technik und allem haben die da... Die sind jetzt schon wieder gespawrt. Wieso hab ich schon... Jetzt hab ich aus Versehen eine Zeit verlangsam. Das war jetzt keine Absicht. Paladin-Reaktion. Was ist das für ein Ausdruck? Ist das ein geflügeltes Wort? Nein, aber hast du mal WoW gespielt? Paladin hatte eine Fähigkeit, womit er sich unverwundbar machen konnte. Und sobald ein Paladin Gefahr gewittert hat, hat er den gedrückt. Einfach gezogen. Ja. Das Gottes-Schild. Es ist kaputt. Es kamen Handschuhe raus. Und ein Mana-Trank. Ich fäng das weg. Stirb. Gut. Wir müssen uns beeilen. Die Wölfe werden schon wieder neu gezüchtet. Die vermehren sich aber auch, ne? Wie die Karnickel. Das ist eine echte Plage. Du hast da so ein paar Rupees, die hinter dir herlaufen. Ja, ich sammel gerade. Werwölfe muss man sammeln. Die machen nicht so viel Schaden, die Kleinen. Du meinst, dass es sich überhaupt lohnt, stehen zu bleiben? Ja, das ist, sieht schon richtig aus hier. Na, haha. Du machst das schon gut. Ich mach in der Zeit das Siegel kaputt. Die beschwert sich bei mir immer, dass sie keine Healing-Fotions hat. Macht sie das bei dir auch? Nein, meine redet nicht mit mir. Ja, musst du mal, musst du mal dir gedanken, ah, Gedanken drüber machen. Ach, du Kacke. Oh, Grumasch ist wieder da, na toll. Oh. Erstmal von der Brücke weg. Ja, erstmal von diesem engen. Wieso kann ich eigentlich hier jetzt nicht meine... Der Geist tankt. Ach. Nein. Wenn er immer diesen Step macht, dann macht er extrem viel Schaden. Den haben wir gleich. Schauen, er geht down. Er geht down, ich weiß es genau. Guck mal, gleich, gleich war es das mit ihm. Ja, nein, sag nicht, der macht jetzt nochmal irgend so einen Spaß. Das war nur eine Illusion. Hunter, you are fighting the wrong enemy. Really? You almost ripped out my heart. I was defending my pack. Instincts. You know how it goes. And your prisoner? We tried to save him. He was injured, so we took him in. Saved him? From who? The machine men from the city. They hunt us down. To experiment on us. Take this man and go. Ihr habt vielleicht recht, aber ihr seid doch ein wildes Tier. Ich muss euch besiegen. Nein. Drück es. Der gibt bestimmt Blut. Vielen Dank, ich lasse euch. Nein. Das ist ein Boss. Aber er ist doch nett. Jetzt knall ihn ab. Aber er ist doch nett. Und wir müssen ihn aufbringen. Wir müssen einfach nur den Mann mitnehmen. Ich bin Vampirjäger. Das nächste Mal bestimmt. Nein, jetzt lass uns den töten. Der hätte uns auf jeden Fall was gegeben. Ja, toll. Die hätten wir auch gekriechen, wenn wir ihn getötet hätten. Hätte er gar nichts machen können. Kann ich ihn im Nachhinein noch umbewegen? Nein, kannst du nicht. Guck, er sagt selbst, dass wir ihn gerettet haben vor den Werbehülfen. Die gute Dienste sind nie kaltlos. Das bedeutet, dass du meine Fragen beantworten möchtest, oder? Natürlich. Aber ich muss sofort zurück in das Village zurück. Ich sehe dich da. Oh, der geht's. Jetzt geht der einfach. Es ist so, als ob er krank gewesen wäre. Der simuliert doch nur. Die Folge ist zu Ende, nehme ich mal an. Ja, aber wir haben doch noch Sachen bekommen. Die kann man ja noch anziehen. Ja, okay. Ich habe einmal ein Kettenhemd bekommen. Sachen. Anziehen? Nein, kann ich immer noch nicht. Ich bin auch noch nicht Stufe 7. Wieso haben wir noch nicht mal ein Level abgekriegt? Hier, sind die Stiefel was für dich? Ähm, das muss ich erstmal schauen. Ich weiß nicht, ist der gut? Sind Goldstiefel, da kriegt man mehr Geld mit. Dann ist es doch was für dich. Sieht aus wie so ein Sturmtruppel. So, tschüss Herr Wolf. Lebwohl. Den machen wir noch fertig. Den machen wir nicht fertig. Doch. Ich werde die Mission noch mal aufnehmen. So eine heimliche Folge. So, jetzt spielen wir es mal so richtig. Wie man das eigentlich spielen sollte. Ja, wie kommt man denn jetzt auf? Dürfen wir den Ausgang nicht benutzen? Ich bin gerade auch verwirrt, wie das geht. Da, ich klicke einfach mal so drauf. Ich habe gerade den Text gesehen. Ja, klick mal drauf. Da, da ist der Text. Geh. Mich lässt er nicht raus. Bist du draußen? Mir ist gerade abgestürzt. Scheiße. Ja, Leute. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Hätten wir den Wolf umgebracht, hätte er uns sicher den Ausgang gezeigt. Also vorher hätte er uns gesagt, naja. Naja, und so ist das halt. Dann sehen wir uns im nächsten Part von The Incredible Adventures of One Helsing wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.